Ja, hallo lieben, Gott, 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 was habt ihr getan, was habt ihr getan, oh man, ja, erstmal lieben Dank für die vielen guten Glückwünsche und wer es nicht mitgekriegt hat, das lief ja mehr über E-Mail und Instagram, Aline hat da, ja, mir eine Kurzsachsüberraschung gestaltet, gemeinsam mit euch und die ist echt gelungen, muss ich sagen, ich war echt platt, also ich habe, ich weiß nicht, glaube ich, stand jetzt schon 400 Nachrichten oder so bekommen und bin echt total gerührt und also so in dieser Massierung habe ich das noch nie gesehen oder erfahren, was ihr da mit meinen Materialien macht, ob das jetzt die Kurse sind, Bücher oder die Videos und das ist einfach so schön, das mal so gesammelt zu hören, aber auch von ganz vielen gelesen sind jetzt längst in einer schönen Beziehung und gucken immer noch die Videos als Persönlichkeitsentwicklung oder, ja, also wie denen das weitergeholfen hat und wie das, ja, keine Ahnung, ihn mehr gebracht hat als irgendeine Kur oder ich weiß nicht was und das ist einfach total berührend, also ganz lieben Dank und was ich auch klasse fand, das ist, scheinbar alle schon das Buch haben, super und mit manifestieren, dass das mal richtig durchstarrt, auch startet im Mainstream, schauen wir mal, was wir da so hinkriegen, ich habe auch eine neue Manifestationssache gemacht fürs Buch und bin mal gespannt, welche Wirkung, ja, das so hat, genau, also okay, ich lese einfach mal so anonym zwei Sachen vor, einfach um mich stellvertretend bei allen, bei allen von euch zu bedanken, wie gesagt, das ist einfach so toll, mal so ein Feedback zu kriegen, weil sonst diesmal ja immer nur, wenn es Leuten nicht gut geht und, ja, hallo lieber Christian, ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deinem 30. Geburtstag, nein, 55 und wenn ich fertig bin mit diesem Gruß, wende ich mich endlich wieder dem Buch zu, das ich gerade lese, zufälligerweise heißt der Autor auch Christian und es geht um 3D, 5D und um die Liebe, hab's fast durch und aus genau diesem, an Klammern, egoistischen Grund wünsche ich dir auch noch ein wundervolles Kraftstrotz in das erfülltes, langes Leben, in dem du noch weiter so tolle, spannende, spirituelle Erfahrungen machst, um diese dann wieder in kommenden Büchern Beiträgen mit uns zu teilen, bitte schnell, weil ich hab's bald durch, okay, Hand aufs Herz, alles Liebe zum Geburtstag und danke für all die Geschenke, die du uns gemacht hast und ich hatte es gefühlt einen Quantensprung in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht, Augen immer geöffnet und Kraft, Hoffnung und Mut gegeben, ja, und gucken wir was haben wir hier noch, gucken wir hier nochmal rein, ich wünsche dir alles Liebe zu deinem Geburtstag, ähm, ich bin vor zwei Jahren auf deine YouTube-Videos gestoßen, als die Frister Schmeiner damals in toxischen Beziehungen ausgestiegen bin, hab dein Liebeskummer etwa ans Kurs gemacht und was soll ich sagen, hab mir mein Leben gerettet, hab durch dich verstanden, warum der Liebeskummer sich so schrecklich anfühlt und, äh, 100 Tage Nullkontakt durchgezogen, obwohl, ähm, ja, dann geht's noch so weiter, äh, genau, Details brauchen wir jetzt gar nicht und so weiter, ganz viele Mails, wo ihr auch kurz geschildert habt, was das, äh, für euch gemacht hat, welche Wirkung das hatte, was ihr auch Neues geschaffen habt, ähm, aus meinem Material oder hier von unserer Millennial, äh, äh, lieber Christian, als Babyboomer bist du kognitiv ziemlich fit geblieben, so war ich als Millennial, seien unsere jüngeren Zuschauer sogar bereit von dir zu lernen, lach, Smiley, möge dein heilsam und das Licht noch lange und kräftig auf diesem chaotischen Planeten erscheinen, äh, erscheinen, ja, Gott, ich, echt mega und, ja, vielen Dank und, äh, genau, ich begehe diesen Tag besinnlich, ist ja auch, wenn man, äh, nicht mehr ganz so, äh, kleine Zahlen hat, was Geburtstag angeht, äh, dann, äh, denkt man ja doch über das eine oder andere nach und, äh, fühle mich manchmal wie so ein, weiß ich auch nicht, alter, nee, alter, äh, alt fühlt mich eigentlich gar nicht, aber so ein Soldat irgendwie so, der hat einige Schlachten geschlagen und, ähm, und guckt so auf, auf was er erreicht hat und auch auf seine Narben zurück, also das ist auch eine Sache, äh, die Narben, die so ein Leben so hinterlässt, äh, da, ja, das beschäftige ich mich auch gerade sehr und, aber es geht natürlich immer weiter, also stehen unter Umständen oder sehr wahrscheinlich bei mir auch große private Veränderungen an und, ähm, ist auch immer wieder ein Loslassen im Leben und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was denn das neue Jahr so bringen wird und ich habe das Gefühl, das wird cool, aber es wird auch vieles Neue geben und, äh, vieles Alte loszulassen sein, wie das denn immer so ist, ne? Ja, und das Verrückte ist ja, was ihr, ob ihr das, äh, auch kennt, dass ja das, das, soll ich mal sagen, unser freies Bewusstsein, also unsere Seele oder wie du das nennen willst, das, die altert ja auch nicht, ne? Das ist ja, also man guckt ja genauso auf sich mit, äh, 55, 30, 20, wahrscheinlich sogar, äh, 10, 4, 3, nur kann sich niemand richtig dran erinnern, also man guckt ja eigentlich immer mit diesem gleichen Beobachter auf sich, ne? Das finde ich irgendwie mega spannend und, und, äh, spirituell auch interessant, nur trotzdem verändern sich natürlich, ähm, Bewertungen und, also ich merke schon, dass ich viel mehr Rückzugstendenzen habe als früher, äh, und, ähm, ja, viel mehr Wunsch, weiß ich nicht, Zeit mit mir zu verbringen, äh, oder Zeit mit den wenigen Menschen, auf die man sich wirklich, äh, verlassen kann, nicht mehr so ganz so viel rumwühlen da draußen, obwohl sich manchmal schon noch, ähm, juckt das eine oder andere noch zu starten und zu machen. Ähm, ja, ist schon spannende Zeit, also gestern, äh, wir hatten uns noch eingefeiert und dann, ich war total müde, weil wir gestern so viel Sport gemacht haben und dann hatte ich irgendwie so eine halbe Stunde, äh, irgendwie von, wo Aline noch irgendwas vorbereitet hat, von, äh, Ville nach elf, äh, bis Ville vor zwölf, da bin ich irgendwie in so einem, weiß ich auch nicht, ich wollte dann auch nicht einschlafen, aber bin dann in so einem Traumzustand und war so ganz im Hier und Jetzt und einfach, einfach mal an nichts denken, äh, nichts hadern, sich auf nichts freuen, einfach so im Hier und Jetzt sein und, äh, es war total schön, also das, ja, hat richtig gut getan und diese 5D-Momente will ich auf jeden Fall, ähm, mehr kultivieren im nächsten Jahr. Also, danke an euch, danke an dieser Stelle auch nochmal, habe ich natürlich auch schon gesagt, an, äh, Aileen, die mir das so schnell bereitet hat und, äh, heute stehen auch noch ein paar Events an und Begegnungen, ähm, da freue ich mich drauf und auch an dieser Stelle mal einen Hinweis auf den, von meinem lieben Freund, ähm, den, äh, Podcast, äh, von Beste Freundin, da bin ich, äh, morgen zu Gast, ist er natürlich vorher schon aufgenommen, aber, ähm, über toxische Beziehungen, äh, findet ihr auf allen Podcast-Plattformen, Beste Freundin kennt ihr bestimmt auch und, ähm, ja, hört gerne mal rein, der müsste morgen am Donnerstag, also, am Donnerstag kommt er raus, je nachdem, wann du das Video jetzt hörst. Ja, gut, ich vermute mal mit dem Titel haben jetzt nur meine Hardcore-Fans dieses Video geguckt, also, äh, vielen Dank an euch, wer ansonsten hier reingerastelt ist, ähm, klickt weiter zu den anderen Videos, guckt mal in meiner Arbeit auf libysche.de und, ähm, ja, danke nochmal, das ist wirklich richtig gut auch angelaufen und ich glaube, das wird cool, wir sehen uns bald, ciao. Bis zum nächsten Mal.